Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Man nennt sich nicht nur am Meidestand, nein, auf der ganzen Welt. Und wenn sich ein Wind im Fallstabion, dann ist die Stimmung groß. Eintracht vorbei, nur zum Zweifelsieger, Eintracht vorbei, Eintracht vorbei. Ich möchte Ihnen die Spieler von Eintracht Frankfurt im Einzelnen kurz benennen. Mit der Nummer 1 im Tor Hans Steinle, mit der Nummer 2 Dietmar Roth, mit der Nummer 5 Norbert Nachwein. Der eine liebt sein Mädchen und der andere liebt den Sport. Wir schwören auf die Eintracht kaum mit unserem Ehrenwort. Für Ziederweg mal fort und hier sind andere Staaten frei. Mit der Nummer 18 Clemens Appel, mit der Nummer 21 Geri May, mit der Nummer 22 Matthias Worser, mit der Nummer 24 Thomas Zogorsi, mit der Nummer 25 Slobodan Komjenowitsch. Und letztens mit der Nummer 27 Frank Geri May, mit der Nummer 27 Frank Geri May. Der ist weiß, wie wir mit dem Kind mitfrügt der Besitzung von Vierterheilz. Der ist weiß, wie wir mit dem Kind mitfrügt der Besitzung von Vierterheilz. So, bis zur Halbzeit zieh ich mich jetzt zurück und lass den Ballen rollen. Vierterheilz Applaus Vierterheilz 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 Der eine liebt sein Mädchen und der andere liebt den Sport. Wir schwören auf, wie Eintracht kauft mit uns am ehren Ort. Führt sie den Weg mal fort von hier in andere Stadien rein. Wir sind in Gedanken immer bei ihr, wie wird das anders sein. Begleiten wird sie unser Chor und stimmen alle mit ein. Eintracht vom Main, nur du sollst heute siegen. Eintracht vom Main, weil wir dich alle lieben. Schieß doch ein Tor, den Gegner in den Kasten rein. Jeder wird sagen, ohne zu fragen, in dieser schönen Stadt am Main. Eintracht aus Frankfurt, du schaffst es wieder, Deutscher Meister zu sein.